so freunde willkommen zum zweiten teil wir haben das letzte mal versucht abzuhauen das garagentor ist geht nicht auf wir haben uns einen autoschlüssel verlegt also alles so wie es sein soll damit man denn aus diesem blöden haus hier nicht raus kommt das ist unsere aufgabe checkliste ich brauche eine dusche aber zuerst muss ich einen heizofen anstellen um heißes wasser zu bekommen ok den sollten wir eigentlich finden ich glaube müssten irgendwie nur nach unten und dann sollten wir da hinkommen so da waren wir vorhin sogar schon mal drin ist im heizofen ist aber auch düster düster so ich glaube müssen in den keller um in den keller zu kommen zum heizofen müsste hier ist waiting for me ist ja oh 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 Ich hoffe, dass wir jetzt hier noch nach unten kommen. So, hier aus dem Lager müssen wir noch nach unten kommen, oder? Gucken wir mal. Let's office. Hier irgendwas zum Einsammeln? Ne. Ich war mir sicher, dass wir hier irgendwie in den Keller kam. Wahrscheinlich durch die Küche. Ja, ich glaube, hier müssen wir lang. Oder? Nö. Hier ist es auch noch nicht richtig. Das könnte richtig sein. So, das war jetzt hier der... Ist der Waschkeller. So, und ich glaube, hier könnte es... Hier ist die Hydraulikpumpe. Hier könnten wir einen Heizkessel finden, oder? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Oh, jetzt kriegt sich aber auf. So, auf den grünen Knopf soll man drücken. Hört sich ja echt bedrohlich an. Und hier ist er, in tipptopp Form, würde ich sagen. Du warst richtig. Die Furnace ist haunt. So, und jetzt muss man ein Badezimmer finden, weil sie wollte ja in die Dusche. So. So, jetzt muss man wieder unser Zimmer finden, ja? Ich bin hundemüde, ich werde in meinem Zimmer in einem Master Suite schlafen. Okay. Ja, wir haben es gefunden. Okay. 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 Und wenn ich mich als obnoxisch... Keine Problem. Ich verstehe. Es führe ich mich wieder daran zu sein. Etwas. Geht es. Ich bin beat und ich rüber. Nein. Oh, nein. Von den Ruhmern, die in der Valle sind, um, als du den Hotel verlassen hast, in all dieser Rutsch, also... Genau, ich habe vergessen. Die Wilsonian Mythologie. Sorta. Jetzt werde ich nur in meinem Raum chillen, mit den Posten von meinen Lieblings-Bänden spielen, mit meinem alten Bass, völlig Unplugged. Du spielen den Bass? Ich bin sehr. Ich wollte dir bedanken, dass ich nicht alleine bin. Hier ist ein enormes Geld. Ja, well, danke dir, dass du, ähm, auf dem Auto zu hören und nicht in deinem Auto zu fangen. Also, ich bekomme dir mein Leben, dann. Wow. Es ist nur... Dein Job. Ich weiß. Nacht. Nacht. Okay, sie wollte sich jetzt hier hinlegen. Ach, sie kann... nimmt jetzt ihren Bass und spielt, okay. Tag 2. Hm-hm. Das ging aber fix. Die Tage verfliegen ja hier förmlich. So. Draußen sieht es aber schon ein bisschen besser aus, ne? Morgen. Guten Morgen, Nicole. Geht nicht ins Bett? Ja. Ich habe sie schon ein bisschen gerecht. Ich habe sie überrascht. Ich habe sie für einen Tietang. So, wie viel news ist? Oh, oh. Was? Sieht aber besser aus draußen, oder? Die Urologen sind bald bald ein Wunder, wahrscheinlich heute Abend. Sie können nicht mehr, nicht nur noch. In theoretisch. Was wollen Sie? Ich bin nicht bereit für dieses Thema, nach der Krack des Dorn. Ich füge, und dann denke ich es. Es ist Zeit für Sie zu gehen, zu den Pantren. Ja, ich muss etwas in meinem Körper Ja, genau, dann gucken wir mal und suchen das Lager und suchen, was zu futtern, ne? Irving sagte, dass es in der Vorratskammer unter dem, ähm, was steht da? Kühlraum, Bohnen gibt, ah. Ah, hier machen wir auch mal nicht, oder? Ja, ist auch nichts. Aber okay, wir, das ist ja auch nur ein kleiner Abstecher, weil ich neugierig bin, weil wir uns hier verlaufen haben. Ach, hier ist ein Müllschlucker, da kann man den Müll reinwerfen. So, da ist die Küche auf jeden Fall. Ja, gut. Ich glaube, hier müsste das richtig sein, ne? Der Waschraum. So, haben wir hier schon drin, ne? Gott, ja. Hier möchte man doch auch gar nicht sein, oder? Ach, das war ne alte Kirche. Boah, da kriegt man jetzt so leicht Kinserhaut, ja. Gehen wir mal wieder zurück. Besser ist das. Ist hier noch ein Geheimnis, irgendwie? Was ist da oben? Ne. So, dann gehen wir mal nach oben. Und gucken mal hier. Mal gucken, ob wir das alles so finden. So, Check-In, Reception Hall, Boiler Room. Ne, wir müssen hier lang. Vorhin habe ich das Ganze sogar noch gefunden, ne? Wo ich es nicht brauchte. Ach, hier waren wir ja auch schon mal. Gucken, vielleicht geht die Tür jetzt zum Schneepass auf. Ne. Boah, das Klappern und Rasseln hört sich ja übel an. Wie lange denkst du, es wird mir in die Stadt zu kommen, mit Skis zu kommen? Äh, irgendwo along the lines of never. Just wondering. Du könntest in Dry Gulch Summer Ranch in 2-3 Stunden kommen. Aber von da brauchen du noch 5-6 Stunden. 5-6 Stunden? Okay, egal. Ich weiß nicht, wie zu Skis. Was? Ich weiß, es ist schuldig. Leonard war aus Sacramento. Oh, zumindest nicht du wirst dein Leben riskieren. Ich habe auch noch eine Serie von Effekte. Ich bin alle Ehrungen. Ich habe nur 3. mit 19 Minuten und 14 Sekunden gesetzt, um 5 lb Hotdog zu essen, auf der Stadtverlösen. Ich liebe dich total. So, der Typ wird uns ja immer vertraut, habe ich das Gefühl. Der will aber irgendwie unbedingt, dass wir hier bleiben. So, von hier ist man doch gekommen. Genau. Ah, alles klar. Hier haben wir ja so eine Art Lagerraum. Im Speiseraum waren wir ja vorhin, aber da haben wir ja nichts einsammeln können. Keine Bohnen oder so. Hier werden wahrscheinlich auch nur Postpakete irgendwie gelagert. So, jetzt ist die Frage. Timberline, Diorama. Ballroom, Restroom, Kitchen. Okay, wenn wir die Küche finden, dann wissen wir schon mal, wo wir langen müssen. Boah, jetzt wird es aber dunkel draußen. Hier ist die Küche. Hier ist die Küche. Hier ist die Küche. Da bin ich sicher. Ich dachte mir eher, wie mold, bacteria und so. Du wirst, da ist nichts zu fragen. Es ist ein Essen, aber es sieht moldy. Weird. Ich habe nicht gedacht. Da ist ein Zürger. Okay, hier muss ein Kühlschrank sein, ne? Fridge, ah, von der Küche aus. Müsste dann hier geradeaus sein, ne? Oder? Ne, das Dead's Office. Und wenn das Dead's Office ist, wo steht Dead's Office? Wenn wir die andere Karte nehmen. Ne. Museum, Kitchen. Also an der Küche, da ist das Lager, okay. Warte mal, halt. Hier geht jetzt ja von der Küche, müsste dann einen Raum links gehen, oder rechts. Ne. So, hier ist der Raum, genau. Das ist quasi der Restroom, Kitchen. So, und wir müssen jetzt hier unseren Frierschrank oder Kühlschrank finden. Wir haben vorhin schon mal eine Tür gefunden. Und, äh, die war aber, da war die Tür zugefroren. Die hier, genau. Ach, jetzt geht's auf. Ah. Oh. Tür ist zu. Scheiße. 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 Alter, das gibt's auch nicht. Was machen wir denn jetzt? Das erreicht den Typen auch nicht. Oder war der das sogar? Jetzt geht's wieder auf. Okay. Oh, äh, ich habe es nicht vergessen. Es könnte ein Problem mit dem Schrankkopf sein. Nur, um sicher, dass es nicht klappt wird. Ich kann es sagen. Was? Es wäre mehr sinnvoll, zu wissen, dass ich das, bevor ich in den Kühlschrank wurde. Oh, Gott. Ja, ja, so ein Arschlocher. Ja, ich könnte da in den Kühlschrank Ja, ich könnte da in den Kühlschrank aufwärmen. Okay, dann müssen wir hier mal die Mikrowelle suchen. Ist hier vorhin noch gar keiner aufgefallen? Ach doch, hier. Oh, Metall in eine Mikrowelle? Das war nicht gut, oder? Normalerweise ist das so, wenn du Metalldosen reinpackst, dann macht's und dann gibt's kurz Schluss. So, die Mikrowelle konnte nicht nützlich sein. Okay, jetzt müssen wir natürlich hier warten. Wir können jetzt hier aber an der Mikrowelle nichts mehr machen. Ah, jetzt fertig. Das heißt, wir mussten einfach nur warten. Da war sogar schon auf. So, okay. Die Gäste haben wir jetzt auch. Sorry, um Ihren kontinente Zitzen zu verhindern. Ich habe mich an Herrn Jenkins, den Begurteil. Um Zeit zu. When's he getting here? He tried to make it. His car into a ditch between York Road and Valley. Oh, come on. He called 911 after just a mile. I'm just gonna hole up in my room and cry, if that's okay with you. I can't imagine that. He asked me to give you a message. Here it is. He says to... Hmm, this is a swear. word and you don't need to hear it. Uh, yeah. Nicole, at this point start assessing the general conditions of the hotel in your own. Jot down what you want to keep. I recommend you start with the second floor. It's surely the most damaged. Please, only call me if you've got good news. So, super. Und jetzt, nächste Aufgabe. Irvin schlägt vor, dass ich zuerst einen Blick in den zweiten Stock werfe. Okay, dann machen wir das doch mal. Mal gucken, ob hier schon eine Treppe ist. Ne. Ich vermute mal, wir können hier lang. Ja, hier waren die Badezimmer. Hier ist die andere Seite, die ich euch vorhin auch gar nicht gesehen. Vandalen, ja. So, dann gehen wir mal durch die Küche wieder zurück, würde ich sagen. Da müssen wir den Weg nach oben finden. Ich glaube, hier lang, ne? Let's office. Hier lang, jawoll. Das ist der erste Stock. Wir sollen mal im zweiten gucken. Naja, es sieht aber draußen wirklich schon besser aus. So, das war der erste Stock, ne? Erdgeschoss, erster Stock. Können wir mal nach oben. Da sind wir mal nach oben. Da sind wir mal nach oben. Es gibt noch ein paar Fenster und auch Wasservermögen. Ja. Die Checkliste kenne ich schon. Weiß auch gar nicht, warum ich mir die Ebene hier angucken soll. Ach ja, die versiegelt die Tür. Hier bin ich. Was ist denn? The hallway on the second floor is cut off. The door to the West Wing is locked. Your father started renovations, but he didn't get the bank loan and had to stop. Leonard's attic is at the end of the hallway. His man cave. Does that mean something to you? I tried so hard to forget about that room for years. Anyway, the West Wing is pretty run down after all this time with no windows. Hello? You there? You always have an answer to everything. What do you mean? I've joked about it, but it's not funny anymore. I don't understand, Nicole. You know how to turn on the furnace. You know where to find food and that the fridge door is busted. You know my family's story and the hotel's. It's up to FEMA to deliver the supplies to isolated places like the Timberline. I've been up there with the truck every month since I've been on duty. Is something wrong? I don't know. I don't know what you know and what you don't know. What difference does it make? None. I... I'm sorry if I upset you. No one can upset me. I'd better keep doing the inspection. Okay, hier ist eine Kette. Gehen wir mal hier weiter. Hier ist zu. Hier ist zu. Oh. War hinter mir was? Ne. Steph only. Da komme ich auch nicht rein. Okay. Oh, hier ist irgendwo ein Telefon. Ja? Hallo? Das ist der Telefon. Wer ist das? Das ist der Telefon. Was? Was hast du gesagt? Rachel ist noch da. Nicht das Hotel verkaufen. Ist das ein Schuss? Wer ist das? Nicht etwas stupides. Du wirst das schussisch beteiligen. Ich habe ein Telefon. Ein Telefon. Ich spreche mit FEMA und werde sie den Sheriff kenneben. Okay. Hurra. Da haben wir jetzt schon zwei Verrückte. Die hinter uns hinterher sind. Der eine, der sich ausgibt als Freund. Wo wir nicht wissen, was das für einer ist. Dem wir die ganze Zeit telefonieren. Und der andere, der jetzt unter einer komischen Nummer anruft. Und sagt, ähm... Ja, ich soll das Hotel nicht verkaufen. Ne, Hurra. Ich habe ein Problem. Einige hat sich gerade auf dem Hotel. Was? Wer? Es war eine schlechte Verbindung. Was wollten sie? Sie sagten, Rachel ist alive. Sie nicht auf dem Hotel. Idiot. Es gibt etwas anderes, das nicht Sinn macht. Die Telefonnummer sind aufgelöst. Leonard hat die Geld verraten. Ich werde jemanden auf eine Check. Ich wusste nicht, dass FEMA eine FBI-Aufhörte hat. In diesen Teilen passen in eine andere Weise. Einige Sachen sehen, wie sie sich vergessen haben, aber sie einfach sinken. Sink down? Like tea leaves in a cup. Ich denke, ich verstehe es. Das Mädchen'in Tod. Rachel. Es war das Ergebnis der Schmerzen, und jetzt ist es jemanden. Sie sprechen über jemanden in particular? Well... Her death ruined two families that everyone looked up to. Yours and Rachel's. Your father, McGrath, the genius astrophysicist. And Rachel's father, the upstanding Reverend Foster, known all over the county. Not something easy to forget around here. You know what I think? They can go get fucked, every one of them. I know what we went through. No one else. Fuck them. Tag drei. Super. Tag drei. Super. So, wir wachen wieder in unserem Zimmer auf. Ich würde sagen... Hey, Cutie Pie. Daddy? Nicole, es ist Irving. Oh, sorry. I must have fallen asleep. I haven't slept like that since I was a kid. You had a tough day yesterday. I think I had a dream. About? Leonard, maybe. Okay. I need you to pay attention though. Should I worry? The storm brought down some power lines. There are blackouts all over. Oh, I wonder why that doesn't surprise me. The electricity generator could go bust. I don't like the idea of you up there on your own in the dark. We need to do something. My electrical know-how is slightly limited. It's okay. I can guide you to the emergency generator. If we activate it, you'll be self-sufficient. That's it? There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door or from the floor you're on. But? The garage's side door is stuck. You'll have to pass through the crawl space along the entire building and climb down from your floor. If the power goes out, you'll be completely in the dark. Alright. What do I have to do? Check the closet in your father's apartment and see if you left anything you can use for lighting. Ah, on my way. and... And... for now... And I'll be funny... fleet確que... veils... I can't guess, but your computer... one thing. I can't see that. as much in a living sequence wars... Vielen Dank.